Das Konzept Modellbahnbau als Erprobungs- und Lernfeld für technische Kenntnisse und Fertigkeiten hat die Jury in allen Punkten überzeugt. Die erste AG zu diesem Thema wurde schon 2007 ins Leben gerufen. In Kooperation mit der Volkshochschule und der Kommunalen Fördergesellschaft ProWirtschaft GT ist daraus im Laufe der Jahre ein Wettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler in Gütersloh geworden. Die Jugendlichen arbeiten ein Jahr lang in Gruppen an dem Abschnitt einer Modellbahn. Hier gestalten sie Szenen aus ihrem Umfeld, erlernen Techniken des Holz- und Geländebaus, führen elektrische Arbeiten durch und erarbeiten am Computer grafische Elemente und die digitale Steuerung des Zugverkehrs. Durch die unterschiedlichen Arbeitsfelder können sie ihre jeweiligen Kenntnisse und Begabungen einbringen und erweitern. Am Ende steht die beeindruckende Gesamtpräsentation aller Abschnitte der Modellbaulandschaft. Die Jury urteilt. Es handelt sich um ein abwechslungsreiches, kreatives und vielschichtiges Projekt, das verschiedene Arbeitstechniken, verschiedene Materialien und verschiedene Anforderungsniveaus miteinander vereint. Es fördert Kompetenzen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und entwickelt zugleich überfachliche Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen. Das Modellbahnkonzept motiviert durch Lebensweltbezug, verschiedene Anforderungsniveaus, den Einsatz verschiedenster Materialien und Raum für eigene Kreativität. Damit ist es ideal für heterogene Gruppen. Das Konzept kann Schülerinnen und Schüler für MINT-Fächer begeistern. Auch für künstlerisch Begabte gibt es gestalterischen Handlungsraum. Gemeinsam wird etwas geschaffen. Aus Einzelbeiträgen wird ein großes Ganzes, bei dem jeder Beitrag zählt. Das ist hervorragend und beispielhaft.